Ich zeig dir was ich mache. Wunderschönen guten Tag hier auf meinem YouTube-Kanal. Oder ich sag mal so, eher wunderschön guten Morgen. Wir haben 7 Uhr, 32 Uhr. Normale Menschen gehen eigentlich um diese Uhrzeit schlafen. Aber heute was ganz besonderes. Ich fahr jetzt zu Savas. Dann werden wir abgeholt von dort. Und fahren dann weiter nach Garmisch-Partenkirchen. Es findet statt der Videodreh von Cool Savas. AMG, an mich glauben. Ich kann euch noch nicht versprechen, wie viel ich filmen kann. Wenn natürlich alles noch Undercovers, Behind the Scenes, Making of these stars, boom bang. Aber ich halte drauf. Wir gucken was wir dabei rum bekommen. Und ich fahr jetzt mal los. Bis gleich. Neues Gefährt gibt es auch. Wieder in Kooperation mit Nissan Müller Heidelberg. Ich sag mal so. Die Fahrt beginnt. Ich sag mal so. Es wurden kurz an Plätze getauscht. Etappen. Neu berechnen. Plätze. Neu berechnen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich hier zu sein. Wirklich. Ich würde sofort hier leben. Ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn man zu Hause mir sagen würde. Du, ich bin jetzt bereit. Aber du hast jetzt genau drei Tage Zeit. Oder du hast eine Woche Zeit, um den Umzug zu organisieren. Eine neue Bleibe zu finden dort. Ich würde sofort machen. Man ist angekommen. Man könnte angenommen es wären nette Temperaturen auch mal baden. Aber es ist frisch. Es ist tatsächlich frisch. Rurig. So. Die erste Handlung heute. In dem Video werden auch einige wunderschöne Autos vorkommen. Die extra angeliefert wurden. Mit dem L zum K zum W. Morgen dazu mehr. Na klar. Sechs mal sechs. Du kriegst es super. Macht er das gut? Das ist Kameratakind. SAV. Der zweite Name. Richard Gimble. Richard Gimble. So. Wir sind gerade im Hotel angekommen. 23 Uhr 29. Plan ist oder war wie folgt. Heute Anreisetag. Freitag. Wir waren jetzt alle gemeinsam nochmal speisen. Es war sehr lecker. Folgendermaßen ist der Plan. Eine kleine Truppe. Darunter auch ich. Fahren morgen früh um kurz vor sechs los. Ihr wisst alles. Genau meine Zeit. Aber. Ich freue mich. Ich habe Bock drauf. Wir holen noch zwei Autos. Tanken die. Fahren dann an den ersten Drehort. Drückt doch bitte die Daumen. Dass die Wetterfrische mitspielen. So. Ich gehe jetzt nochmal ratzen. Sag mal so fünf Stunden. In diesem Sinne. Sehen wir uns dann morgen. In alter Frische. Wird geil. Bis morgen. A.k.a. Bis gleich. Ahoi. Wunderschönen guten Morgen. Ein bisschen jetzt wach. Oder ich bin jetzt wach. Die kleine Gruppe ist jetzt wach. Die jetzt zuerst los geht. Wie gerade besprochen. 5.50 Uhr. Ab gehts. Leise sein. So. Wagen Nummer zwei ist auch aktiviert. Und auch schöne Grüße an die Damenbilder draußen. Ich bin wieder vergeben. Ich habe mein Traumgegenstück gefunden. Das Gefährt für den heutigen Tag. Es ist ein Traum. Es ist ein Wahnsinn. Es ist wunderbar. Es ist einfach. Es ist urig. Glücklich vergeben. Jetzt wird getankt. Dann gehts ab zum ersten Drehort. Ab geht das. Der magische Knopf. So. Die Geilheiten werden getankt. Und dann gehts los. Erster Treffpunkt. Autos aufversammelt. Jetzt wird vorbereitet. Aufgebaut. Folgendermaßen. Ich fahre dieses wunderbare Gefährt. Der G wird auch noch gefahren. Es ist wie eine Art Kolonne. Dann kommen noch zwei, drei Autos. Gehts ab über die Brücke in der Kolonne. Es fühlt sich. Aber. Ich habe euch gesagt ihr sollt die Daumen drücken. Und die Wetterfrische machen auf jeden Fall Faxen. Aber nur kurzer Nieselschauer. Gleich geht los die Sause. Die Straße hier wird lang gebrettert. In der Kolonne. Und wunderbare Aufnahmen dabei. Jetzt schwebelt. Schön. Wie siehts aus Herr Recheter? Es regnet und ich schwitze. Das ist mein Lifestyle. Aber wird das nachher aufhören? So im Lauf des Drehs? Der Regen. Hoffentlich. Und es schwitze? Niemals. Das bleibt? Ja man. Nach dem Auto legen wir los. Autos wieviel Abstand? Wirka 6 Meter. 6 Meter. Let's go. Aus dem Parkplatz raus. Wie eben. Wie eben. Wie eben. Wie eben. Kurzes Update. Und ich konnte natürlich auch nicht so viel filmen. Weil ich mich aufs Fahren konzentrieren musste. Und jetzt gehts weiter. Wir satteln die Hühner. Ab zur nächsten Location. So. Location Nummer 2. Kolonne steht wieder. So langsam kommt auch die gute Sonja raus. Gleiche Aktion wie eben. Kolonne. Drohnen. Die ist das. Boom bang. Die ist das. Nur fährt Savas diesmal. In Front. Mit der Cabrio. Ist das Bon Agua? Savas vorne. Okay. Du. Ich sag dir ernst. Die Kamera geht nicht mehr. Die Drohne funktioniert nicht. Die Autos sind Benzin leer. Jetzt läuft alles gut. Die Anne Rose was mit Klaus. Und du hast es gewusst. Aber die Sonja Arm im Herbert. Du hast es gewusst. Ich filme nicht. Aber ich kann das nicht. So. Alle Nachwuchsregisseure. So. Dann zeig ich euch das jetzt. Wie das hier aussieht. Ein wundervoller Tag neigt sich dem Ende zu. Wir bringen jetzt den 6x6 und den SLS zurück zum Anhänger. Es war mir wie immer ein Fest. Und um zu sehen wann das Video rauskommt von Klaus Savas. AMG. An mich glauben. Checkt seine sozialen Plattformen. Instagram. Youtube. Alles in der Videobeschreibung. Ich würde mich natürlich wie immer über jegliche Daumen nach oben freuen. Kommentare. Ein Abo hier auf dem Youtube Kanal. Ihr wisst wie es läuft. Seid lieb. Bleibt gesund. Und bis ganz ganz bald. Ahoi. Ahoi. Bis bald. Haus番 информationsationsationsationsations و trabajfallen. Cabos va als die Pfarrer mit Rommelum. Bis bald. So.